Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Wagen, sie ist mein Befehl zu widersetzen! So weit ist das einfach gekommen? Der Minister hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die US. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederzureistiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblüßen... Ich sei Feiglinge, Verreiter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist unbeherrlich. Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militärmöle Aktionen nur behindert! Es hat mich jeden nur als bestätigen Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan, von Jahren alle Höreroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie. Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganzer Rapper erobert! Verräter, von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhige dich doch! Nur die Befehle sind in den Wind gesprochen! Es ist... unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Ich bin so im Hintergrund! Ich bin so im니다. Ich bin so im Gäste und ich bin so im Hintergrund!